Ja... Ja, rechnen alle Menschen. Okay, glaube ich. Was ist meine Hände so wichtig? Also, ich könnte, dass du wirklich das Daten sagst. Das geht ja alles gut. Alter, alles gut. Okay, durchgespielt, würde ich sagen. Jetzt kann ich mich wieder runterladen, ne? Ja. Und jetzt wahrscheinlich vor der Tech-Cave, oder nicht? Ja, vor der Tech-Cave steht alles. Also, ich habe mein Inventar, meine Klamotten habe ich noch dran.